So, und hier sind wir wieder zu Minecraft All The Mods 2 Plus. Willkommen zurück. Ich muss jetzt irgendwie nach Hause kommen. Ich bin gerade auf dem Weg nach unten. Kommst du zu mir rüber? Da geht's halt noch tiefer rein. Ja, dann bleiben wir erstmal in Etage 1, würde ich sagen. Hier ist ja eh noch ein Haufen Erz wahrscheinlich. Oh fuck. Meine Spitzhacke ist kaputt. Ich spring mal ins Wasser. MLG. Ich wünschte dich, würde ich sehen. Ah, da bist du. Also, ich muss hier... Ich lau aus diesem Loch schießen gegen den Hals. Ja, das habe ich gerade schon gehört. So. Und hier ist nichts Neues. Ausleuchte ich, ne? Ich will schon mal Neues haben. Ich brauche wieder Sticks, falls du noch welche hast. Oder ich baue den Baum hier ab. Oh ja. Ja, ich habe Sticks. Dann werden wir den Metauchlehrer. Kommst du hier irgendwie durch? Nein. Aber werf dir nicht in den Abgrund. Hast du sie? Ja, ich habe sie. So, muss mein Inventar mal ein bisschen komprimieren. Hey, das war's. Meine Spitzhacke ist hinüber. Echt? Soll ich dir auch gleich eine bauen? Ja, das wäre sehr gut. Dann muss ich mein Inventar nicht so aufbauen. Eins, zwei, drei, fünf. Das hier weg. Zwei, eins, zwei. Ach, da liegt einer. Ich will dieses Autojumpen ausmachen. Das bringt einen ja voll um. Das bringt einen voll um, okay. Ja, das ist echt so. Hast du das ganze Erz aufgesammelt? Wow, jetzt habe ich wieder viel Platz. Warte, die kannst du, glaube ich, noch nehmen. Oh, ich wollte mich da jetzt nämlich wieder nach oben bauen. Was ist dieser Autojump? Kann ich noch raus schalten. Ähm, Optionen, Steuerung, und da steht der Auto springen, aus. Ah, sehr schön. Kann dagegen latschen. Kann dagegen latschen, ja, genau. Okay. Also ich fahre jetzt hier nach oben. Kann ich schon mal, wo wir dann landen. Ich komprimiere, obwohl das wird, das ist schlau. Das kann man daraus herstellen. Hm, nicht so sinnvoll. Du gräbst dich einfach nach oben. Oder was? Das erfolgt keiner. Ja. Ich dachte nur, weil keine Schlau ist. Ob das schlau ist, weiß ich jetzt aber nicht. Du könntest gucken, dass du dich in die Höhle über uns gräbst und da dann den Hochweg suchst. Das würde es leider geben, ja. Aber erstmal brauche ich das ganze Eisen abzuzieren. Also er sollte zumindest nicht so... Oh mein Gott, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Das geht am Eisen. Das ist ja auch noch was. Das wird mir nicht mehr. Ja, natürlich. Erzception. Ich denke, mag ich Mod-Packs mit 20 Milliarden Erzen. Da kann man, da findet man immer so viel. Denkt sich geil. Erz. Oh ja, gib mir alles. Ich bin erzgeil. Ich bin erzgeil. Interessant. Wir können, glaube ich, auch Monster-Spawner abbauen und wieder funktional machen oder so. Zumindest haben wir einen Mod dafür. Im Bereich Monster-Spawner. Dieser Soulshard. Der Old Way. Das müsste der eigentlich sein. Sollte eigentlich für sowas da sein. Oh, was ist denn das? Basalt. Oh, ich habe Basalt gefunden. Willst du ein Haus bauen? Was ist Basalt? Wie soll es Basalt? Weil es schwarz ist. Aber hast du eine Idee, wie ich... Ah, da. Ah, Wegpunkte. Tot. Umo. Umo. Ah, wie du deine Death Points removst. Ja, das weiß ich. Ja, die haben mich gar nicht gestört. Ständig sind sie am Lichtstrand. Ja, das kann manchmal stören. So, bauen wir mal wieder das. Ich habe einen Gegner auf der Minimap ausgelandet. Das ist leider nicht. Was ist denn mit Gegner? Hat sie bei dir noch eingeblendet? Ja, dann geht es mit Minimap-Optionen und schalte die Gegner aus. Oh, da ist ja Minimap-Preset 1 und 2. Du musst bei Preset 1, also normalerweise das, was standardgemäß verwendet wird. Man kann sich quasi so zwei Presets einstellen und die irgendwie wechseln. Aber ich weiß nicht genau wie. Oh, äh, hä? Ich wollte doch... Jetzt soll sie weg. Und ich habe exakt 60 FPS. Echt? Ich nicht. Ich komme hier so auf 46, ich laufe hier so rum. Ich habe noch gar nichts reingestellt. Ich habe mir die ganzen Einstellungen gefahren. Ja, die Vanilla-MeinCaft-Einstellungen sind ziemlich übersichtlich. Das gibt es nicht so mega viel. Hier waren wir ja von schon mal aus. Das ist der Ausgabe. Oh, Mist. Dann darf ich wieder runterspringen, weil ich das haben will. Da ist Kupa, das keine Textur hat. Ja, das liegt am Mod halt. Für manche Mods haben wir keine Texturen. Und wir haben auf jeden Fall mindestens zwei Nets mit den gleichen Ohren. Ich habe Tim, ist noch mit Tim. Er muss Mittagessen, das ist natürlich doof. Warum weiß man sowas im Voraus nicht? Ich habe gerade Mittagessen. War mit dem ich weiß. Willst du die Leute unterhalten in der Zeit? Was, wie lange geht der Fahrt noch? Wir sind bei sechs Minuten. Ich bin doch nicht allein mit der Anruf. Was gibt es denn bei dir überhaupt? Keine Ahnung. Wird es kalt? Du bist immer so gut informiert. Ja, mach es wie du willst. Willst du es einfach weiterlaufen lassen? Ja, hatte ich vor. Der Fahrt aber ewig lang. Oder ich höre nach sechs Minuten aufzureden und du schneidest den Rest weg. Aber man sieht mich ja gar nicht. Das ist doch absolut lame, wenn du dich nicht bewegst. Ja, ist doch auch egal. Also das hat einfach keinen. Da ist mir ein paar Spielefressen. Hier ist Kohle und ich kann sie nicht einsam. Das ist echt zu schlecht. Ich glaube, hatte ich diesen Nutzen, diesen Sieg noch. Ich würde jetzt ausgeschenken. Und so langsam brauche ich den Ausgaben. Es ist gleich so still, wenn der sein Mikro ist. Kein Hintergrund bei euch. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, in dem Fahrzeug hört sich das etwas an. Also ich höre irgendwie immer, welchen Tag kommt zum Beispiel bei ihm über den Voice-Chip, als man dann in der Aufnahme oder Frage zieht. Ich habe wieder das altbekannte Leitkopf-Problem, dass keine Musik kommt, obwohl die ja eigentlich existieren sollte. Zum Beispiel Lava. Was machen Höhen? Scheiße. Gleifahrgönig übrig. Nee, das ist Lava. Lava und Zombies. Das ist ja wirklich gut. Wir haben immer noch keinen Redstone gefunden. Mission gescheitert. Scheiße, für zwei Herzen. Ich möchte nicht kämpfen. Sie haben mich bemerkt. Scheiße. Lasst mich in Ruhe. Kommt ihr nicht drauf. Okay. Da hinten ist sagt viel. Also geht bei mir. Mit der Räuchte. So, das war die vorletzte. Das ist wirklich der Ausgabe. Jetzt hoch. Guck mal, das ist wirklich der Ausgabe. Ja, geht um die Ecke und runter. Und so, das ist ein Scheiß. Da war ja nur voll. Und so, das ist dann hier noch. Guck mal, Silberabreisen. Ich kann noch exakt ein Eisen abbauen. Dann ist das Deck voll. Und dann geht es hier raus. Die Mini-Werk ist so witzig, die denken wir auch nicht. Ich glaube, ich sind überragend. Mit der Ausgabe. Und so. Ich glaube, ich gehe erstmal in sicherheitlich, dass mich dann hier noch in der Reihe hat. Das ist leider nicht komplett ausgemacht. Ich glaube, ich kann keine Fakke mehr wollen. Oh, da ist er ja. Da war ich noch. Da war ich noch. Da war ich schon. Ich habe den anderen Ausgang gefunden, aber das nirgst mir eigentlich nichts. Ist diese schöne Treppe? Naja. Ah, ich habe den anderen Ausgang gefunden, wo er vorhin war. Wie es dann ausschaut. Das ist Nacht, das ist scheiße. Egal. Ich freue mich da jetzt rauf und hoffe, dass ich irgendwie zum Haus komme, um mich aufzukommen. Ich bin mir nicht sehr nervig. Also, die Kiefer. Okay, okay. Ich komme bei dem Feldweg. Ich gehe auf. Ich gehe wieder zu. Das ist sehr gut. Sehr schön. So. Jetzt den Quick-Stick-Button. Merge. Merge ist gut. Ah, sehr schön. Das ist alles gut jetzt. Resort ist auch ein... Ups. Jetzt habe ich den kompletten Kisteninhalt bei mir drin. Das wollte ich nicht. Wir brauchen noch eine Doppelkiste. Das ist nicht ausreichend. Das ist nicht ausreichend. Das muss ich besser machen. Ja, wir haben jetzt allein richtig viel Ressourcen. Oh, naja. Gut. Das ist viel, ein bisschen besser als gerade jetzt. So, alle Barren kommen jetzt an die Extrakiste und die Ohren bleiben in der Größe. Machen wir nur mit dieser Entferde. Keine Entschuldigung. Wir brauchen Parity-Shirts. Eine, aber dass man mit den Kramsen machen soll. Die ganze Ohren passt da nicht mal rein. Sie sind in der Tülle und kommen die in die Nutzung. Dann die zwei Stacks mit Parity-Shirts. Zehnten in den Kopenhagen. Mehr als ein Stacker Eisenhofer. 25 Kopenhagen. Ah, nein, das sind nur die eine Kopenhagen. Die andere Kopenhagen haben wir. Es sind sogar drei verschiedene, ich schätze. Einmal von Envers, einmal von Forestry und einmal von Substratum. Das erschwert das Deck natürlich offenbar. Wir machen die Kopenhagen. Na gut. Das ist den Sand, den Doppelzettel hat. so könnte ich jetzt schon mal irgendwas brechen ich hoffe es kommt nicht mehr hast du die Leute unterhalten? du bist wieder da das war aber ein schnelles Essen du bist ja krank Spaghetti wo genau hast du dich hochgegraben damit ich den Weg einfach folgen kann ich bin irgendwo in der mittleren Höhle wieder rausgekommen ja aber wo hast du dich hochgegraben? also vor 5 Minuten war ich bei dir das heißt dort wo du bist gehst du jetzt einfach ganz normal hoch und ich bin dann dieses Loch rausgegangen das du vorhin gefunden hast da wo ich bin also ich war da ja ich war auf der Cobblestone Konstruktion gerade eben hier geht das auch irgendwie hoch wird das ganz hoch? nein das endet einfach na ich hab mich da hoch gebaut mit Cobbl jetzt bin ich daheim also hast du mit Cobbl gerade nach oben gebaut? oder was? ja wenn jetzt du weißt ich weiß zwar gerade nicht wo das sein soll weil ich hier keine Cobblsäule sehe aber gut aus welchem Material bauen wir am besten eine Rüstung? hm du willst eine Rüstung bauen? naja schau mal durch was es so für Rüstungen gibt dann schau durch was du aus den ganzen Materialien hier machen kannst welches Material hat nicht viel mehr Sinn als eine Rüstung daraus zu bauen? geil Emerald Rüstung ich glaube da brauchst du aber Blöcke für ein Palis-Crystal ein Palis-Crystal wenn du hier noch wüsstest du momentan der Krieg also naja so ich bin wieder I am back ah jetzt dann hast du keins gefunden oder? oh ja wir haben richtig viel davon warte warte Eisen man kann jetzt sogar aus der 4 Rüstung machen ok äh hast du schon mal Eisen aus dem Ofen gehoben? oder genommen? was? Erfolge wieso Eisen? hast du den Erfolg fürs Eisen aus dem Ofen nehmen schon bekommen? nein dann hol ihn dir jetzt weiß ich nicht den hab ich doch bestimmt letztes Mal schon bekommen der Kreia Hardware nee hab ich nicht dann hol ihn dir wenn das Eisendach fertig gebraten ist nimm es raus du müsstest du ihn kriegen das ist Kupfer, Dennis das funktioniert nicht nein der andere Ofen meine Fresse wie bescheuert kann man denn sein das muss immer bei Vanilla Ofen sein sonst funktionieren diese Achievements nicht aha wäre gut zu wissen dass wir zwei ja das wird aber gleich ein besserer Ofen wenn ich mein Inventar Crafting Table verwende brauche einen Block von Infoscolium habe ich mir hergestellt und dann noch Infoscolium Essenz hast du die ah ja hast du ein bisschen sortiert oder wie? ah die Kiste oben ist jetzt für die fertigen Ingers und Edelsteinfels mit rundes Ohre und der ganze Krack der halt Flux ist auch fertig ah Flux Seeds? Ah ja äh komisch äh komisch früher konnte ich Weißen abbauen indem ich einfach Rechtsklick drauf mache mit den Seeds wurde er abgebaut und gleichzeitig neu gesetzt das geht nicht mehr das kommt drauf an welches Mod Pack du spielst hier drin muss man ihn wirklich zerschlagen aber den Flux kann man mit Rechtsklick abbauen das ist mir grad aufgefallen na gut ja wenn man zu lange rechte Maustaste gedrückt hält die Frage was man kriegt dann kommt ja das Schild nein das Schild kommt nur wenn du nichts anderes Rechtsklick stattdessen machen kannst so jetzt kann ich endlich Brot boah hier oben lagts ein bisschen machen wir mal das hier weg ich glaub das tut auch ein bisschen ziehen ist der Ofen fertig? Ja der ist fertig ok jetzt kannst du gleich schauen was für einen tollen neuen Ofen ich da hinzauber wow der ist aber toll Hä ich hab doch noch gar keinen Ofen hingezaubert oh sorry ich weiß nur nicht das Crafting Rezept auswendig ich hoffe ich mach's richtig nein das war schon mal nicht richtig ähh Furnades wie baut man dich achso total billig eigentlich kostet gar nicht so viel von dem Shit und daraus kann man dann den ja genau da steht Effizienz plus 15% ok will ich gleich mal austesten ok wie viel der mit Kohle brennt brauche ich einen Stack Eisenherz rein und schau mal wie viel am Ende rauskommt oh der hat sogar eine Animation schau ihn dir an äh wäre grummt gut aber ich würd sagen weiter geht es erst im nächsten Part wir werden nicht vergessen und tschau tschüss so 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 wie